Stadtrundfahrten mit dem Bus haben in vielen nationalen und internationalen Metropolen eine lange und erfolgreiche Tradition. Diese Tradition hat auch Duisburg aufgegriffen und bietet seit 2010 regelmäßige Stadtrundfahrten an. Genießen Sie in den modernen Bussen die Rundreise durch die einmalige Geschichte der Stadt Duisburg. Hier trifft Tradition auf moderne und kulturelle Highlights liegen ebenso auf der Route wie renommierte Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die Busse sind auf jede Wetterlage eingestellt. Ob Sie im offenen Doppeldeckerbus die Stadt bestaunen oder im wendigen, kleineren Citybus Ihre Reise antreten, Komfort und Freundlichkeit sind Ihnen immer gewiss. Alle wichtigen Informationen zu den Highlights der Rundfahrt werden in deutscher Sprache von qualifizierten Gästeführern vorgetragen oder elektronisch zugespielt. Je nach ausgewählter Tour dauern unsere Stadtrundfahrten zwischen 90 und 120 Minuten. Die Haltestelle für die Abfahrt und Ankunft befindet sich am Duisburger Hauptbahnhof. Alle Abfahrtzeiten der Busse können im Ruhr Visitor Center Duisburg erfragt oder im Internet nachgelesen werden. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere schöne Stadt aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.